So liebe Leute, Holger Glahndorff ist hier und wir haben gerade das Spiel gegen Melsungen hinter uns gebracht. 30-23 gewinnt die SG. Und bei mir, was soll man sagen, der Allrounder mittlerweile, Holger Glahndorff, wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich sehr gut. Natürlich sehr, sehr müde jetzt und kaputt nach so einem harten Kampf, aber natürlich ist das viel schöner zu ertragen, wenn man die zweite Punkte in Flensburg behält. Im Hintergrund läuft gerade noch die Pressekonferenz live und wir unterhalten uns hier schon. Völlig neue Position für dich vorhin, müssen wir gleich noch mal drüber reden, den Finger in die Wunde legen. Holger Glahndorff am Kreis, das Ding ging nicht rein, was war da los? Ja, es war ja ein paar kmh zu doll aufgesetzt, dann geht der Unterlatte raus, nächstes Mal geht der Unterlatte rein, das ist halt so. Aber ich wollte ihn nicht beschweren, ich war einfach nur überrascht, dass er auch den Ball kriege hofft am Kreis, aber hat gut geklappt. Ein abgebuffter Handballprofi. So, jetzt müssen wir ja mal gucken, Holger, du bist ja, sagst du immer selber, im Herbst deiner Karriere. Also es ist ja abzusehen, dass bald Schluss ist. Wie sehr nimmst du das ja eigentlich noch mit? So solche Siege auch gegen Melsungen, so ein Erd-Rivale, da sind die Spiele immer hart und es tut auch immer weh und du gehst auch immer genau dahin, wo es weh tut. Wirst du das vermissen? Nein, das werde ich nicht vermissen, dass das so weh tut. Ich werde die Mannschaft vermissen, ich werde die Stimmung vermissen, werde ich dann sicherlich dann mehr als Fan dann genießen, ab nächster Saison. Aber ja, jetzt nehme ich jedes Spiel mit und freue mich, versuche euch in Kulissen zu spielen, gerade hier zu Hause. Es macht riesen viel Spaß, ich glaube, das sieht man auch. Und ich versuche ja in den letzten zweieinhalb Monaten noch zu genießen und alles mitzunehmen. Jetzt ist ja Schöngart für dich so ein bisschen ein Backup gewesen, hast dich schon heute gefreut, eine kleine Pause. Hat nicht lange gedauert mit der Pause, ne? Ja, natürlich auch eine sehr undankbare Situation. Er kommt rein, ich habe fünf Minuten Verschluss und dann trifft er ihn halt auch unglücklich, läuft da in seine Hand rein. Es tut mir leid für ihn, weil ich glaube, das bringt ihn auch viel, wenn er noch ein paar Minuten kriegt und er möchte unbedingt spielen. Man sieht, dass er uns auch helfen kann und ist ein super Kerl und hat sich super integriert bei uns. Ja, aber den Holger Glahndorf, den muss man ja auch erst mal verdrängen. Und ich sage mal, man sagt ja, je älter der Bulle, desto härter sein Horn. Also, sorry. Nein, nein, den lassen wir drin. Auf jeden Fall ist es doch so. Ich habe aber mal gehört, wenn man gegen Holger Glahndorf spielt, dann tut es auch richtig weh, weil du nicht viel Masse hast, aber du hast halt spitze Knochen. Ja, es kann sein. Ich habe einige gesagt, das kann wirklich sein, aber es tut mir auch weh. In letzter Zeit tut es mir auch mehr weh. Und ich glaube, morgen wird nicht so ein schöner Tag, aber ich werde es trotzdem genießen, die zwei Punkte. Und dann bin ich am Freitag wieder frisch beim Training. Wenn der Holger dann morgen den Müll rauskriechen sieht, dann wisst ihr, es war ein hartes Spiel. Ist das wirklich so? Also, je älter du wärst, dass du einen Tag länger brauchst und dass du auch merkst, dass der Körper so ein bisschen auch mal Pause fordert? Ja, absolut. Vor allen Dingen jetzt, glaube ich, der zehnte oder elfte Spiel in viereinhalb Wochen. Also, ich glaube, das geht dann keinem von uns so spurlos vorbei. Und das ist schön, dass wir einen Tag jetzt mehr haben bis Sonntag zum nächsten Spiel. Und dass morgen dieser Tag, der individuell Regeneration ist, sehr, sehr wichtig für uns. Das heißt, dass du dich individuell, Regeneration, Kappe trinken oder was mit der Familie? Ja, wir kriegen ja einen Plan von unserem Athletiktrainer. Er hat immer Vorschläge für uns. Und sicherlich wird das auch vielleicht ein kleines, lockeres Läufchen sein, um die müden Beine auszuschütteln. Aber sicherlich auch ein bisschen mehr Zeit für die Familie morgen, um ein bisschen auch wieder den Kopf frei zu kriegen vom Handball, damit wir Freitag wieder frisch beim Training sind. Also, so klingt es auf jeden Fall gut. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz über Göpping sprechen. Das hat euch, glaube ich, richtig genervt. Richtig kacke, kann man ja mal so sagen, wie es ist, ne? Ja, absolut. Wir spielen ja 40, 45 Minuten überhaupt keinen guten Handball, sind trotzdem dran. Und das tut natürlich weh, wenn wir besser gespielt hätten von Anfang an, hätten wir die zwei Punkte mitgenommen. Aber so ist es ja nun mal. Wie gesagt, das ist ja unser, wie viel wir spielen, das ist leider so. Und trotzdem hätten wir es besser machen können. Und ich glaube, heute haben wir gezeigt, dass wir alle wollen und das weiter auch besser machen wollen. Jetzt kommen ja die ganzen Experten und sagen, so, das war's. Glückwunsch dir wie Kiel zur Meisterschaft. Sehe ich noch nicht so, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kommt ja das, was du von mir hören willst. Ja, wir gucken nur auf uns. Wir gucken nur auf uns. Wir denken von Spiel zu Spiel. In den letzten zwei Jahren hat das super gut geklappt. Also von daher, wir müssen unsere Aufgaben machen, wie in Göpping und wie heute. Das vernünftig machen und dann werden wir sehen, wofür es reicht. Und ich denke auch, dass auch wichtig ist, die Champions League zu sichern. Deswegen, zweiter Platz sollten wir auch Fokus drauf legen, auch nach unten schauen. Aber wie gesagt, wir gucken auf uns und unsere Aufgaben. Ja gut, am Ende wirst du halt vielleicht Deutscher Meister, aber gewinnst du die Champions League. So geht es ja auch. Ja, nehme ich auch gerne. Also so nochmal einen Titel zum Schluss, das wäre doch schön. Ja, absolut. Das wäre natürlich super schön und dafür arbeiten wir natürlich. Und wenn es ja nicht so sein sollte, ist auch nicht schlimm. Aber zum Abschluss wäre es natürlich perfekt. Ist es eigentlich schon klar, was du denn jetzt danach wirklich machst? Also ist die Position schon klar? Also hier im Verein? Du willst irgendwas im Verein machen, oder? Ich werde in der Geschäftsstelle sein. Porto? Oder was machst du hier? Briefe? Vielleicht auch. Telefon? Jetzt geht das Licht aus hier. Ja, was für ein Name das Ganze haben wird, weiß ich nicht. Aber ich werde sicherlich erstmal die ersten Monate alle Stationen mal durchgehen, die es in der Geschäftsstelle gibt. Sei es hier über Spieltagsorganisationen, Marketing und so weiter und so fort. Wirst du noch meinen Chef nachher? Kann passieren, weißt du? Hör auf! Sei lieb zu mir. Ja, um Gottes Willen, dann kriege ich ja gleich zwei Minuten Zeitstrafe hier von Holger Glahndorf. Nein, also ich werde erstmal rein schnuppern und erstmal gucken, wie der ganz normale Tagesablauf sein wird und dann wird sie sicherlich auch ein paar Aufgaben für mich finden. Das wird schon noch ganz geil werden, aber es ist ja schön, dass du bleibst auf jeden Fall und wir freuen uns. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Der beste Holger Glahndorf vielleicht, der je gespielt hat? Wann jetzt? Ja, immer. Ja, komm. Und der Arm, da ist doch noch richtig Power drin im Arm, oder? Frag mich morgen mal, ich glaube ja nicht. Nein, ich bin so frieden, wie es so ist und versuche so wenig Fehler wie möglich zu machen. Das sieht sehr gut aus und so möchte ich gerne bis zum Schluss weitermachen. Ich finde auch, dass du sehr gut aussiehst. Holger Glahndorf, liebe Leute, am Kreis war es jetzt nichts, aber ansonsten aus dem Rückraum eine Rakete. 30-23, wir schlagen MT Melsungen, wir melden uns ab aus der Pflänzerin. Wann sehen wir uns wieder? Am? 18.03., oder? Gegen Montpellier, ne? Ja, ist das nächste jetzt, oder? Wird schwer, ne? Ja, es wird schwer. Aber Holger Glahndorf ist fit, der Arm hält, die Knochen auch. In diesem Sinne, tschööööööö, macht's gut! Auf.